Herzlich willkommen, mein lieber Krebs, zu deiner kurzen Tarot-Wochenbotschaft. Ich schaue heute schon für dich in die nächste Woche, 12. bis 18. August. Was dich da erwartet, worauf du achten darfst, wie da die Marschrichtung sein kann. Einmal kurz vorweg, kollektive Legungen können und sollen nicht für alle zutreffen. Und ich mische jetzt hier erstmal locker, um den Karten die Gelegenheit zu geben, rauszufallen. Hui, die Liebenden. Ach du liebes Bisschen. Oh, Lovebombing. Wahnsinn, aber richtig schön. Großartig. Die Liebenden und Ast der Kelche sind tatsächlich hier an der Stelle ein Stück weit verwandte Karten. Die Liebenden zeigen großes Liebesglück und auch etwas mit voller Leidenschaft machen. Wenn es bei dir ums Thema Beruf geht, dann wird das hier etwas sein, was du wirklich auch mit Liebe machst. Wo du Lust drauf hast, wo du auch vielleicht nochmal so ein bisschen Extrazeit oder Extrainvestition reinsteckst. Einfach, weil es dir sehr am Herzen liegt. Ast der Kelche ist die Chance auf Liebe, auf Frieden und auch für innere Heilung. Ich finde es manchmal ganz wichtig, wenn man heilen möchte, bringt es nichts, wenn man nur den ganzen Tag die Wand anstarrt. Sondern ich finde, so ein großer Heilungsfaktor ist auch etwas für sich zu finden, was man vielleicht erschaffen kann oder kreieren kann. Ich weiß nicht, wenn du Lust auf Gartenarbeit hast, dann mach dir das schönste Beet, was du dir irgendwie vorstellen kannst. Oder wenn du einen Balkon hast, dann mach dir wunderschöne Balkonkästen, auf die du richtig stolz bist. Sowas zum Beispiel. Ist wieder ein ganz doofes, einfaches Beispiel, aber sehr, sehr effektiv. So, gucken wir nochmal ein kleines Stückchen weiter. Herrscherin. Ja, super. Warum? Das ist auch so spannend. Die Herrscherin an der Stelle ist eine sehr naturverbundene Energie. Sie zeigt Fruchtbarkeit und sie zeigt auch Wachstum, ja. Und die Herrscherin bestimmt auch selber, was darf sich in welchem Zeitraum entwickeln. Wo ist das Unkraut in meinem Leben, was ich sofort rausreiße und was wiederum kriegt nochmal einen extra Schuss Dünger. Auch in zwischenmenschlichen Beziehungen gilt das genauso. Zusätzlich, Ladies, ihr bekommt eine extra Portion Attraktivität. Also wenn ihr irgendwie an eurer Beziehung basteln wollt und die irgendwie in was Schöneres nochmal reinkriegen wollt, dass mehr Liebe, mehr Harmonie zwischen euch entsteht, dann nutzt gerne diese zusätzliche Attraktivität. Ihr strahlt, ihr seid wirklich in einer Position, wo man zu euch hinaufschauen darf. Also benehmt euch auch so, ja. Ihr seid hier wirklich gekrönt als die Kaiserin eures Lebens. Deswegen nehmt gerne diese Eigenverantwortung in die Hand und macht was damit. So, meine Lieben, ich schließe diese wunderschöne Legung. Fantastisch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder ein Herzchen. Ich an der Stelle bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.